bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalat wassalamu al rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in es gibt einige Leute, einige Betreiber in der Religion, die Ali radiallahu anhu vorgeben zu lieben, die ihn aber eigentlich indirekt beleidigen es wird beispielsweise gesagt, dass Ali, der ja so tapfer gewesen ist, und er war wirklich einer der tapfersten Menschen man sagt, wenn er einen am Arm gepackt hat, da hatte man das Gefühl, er wirkt einen, er war in den Schlachten derjenige, der mit vorne gewesen ist er war derjenige, wo der Prophet gesagt hat, dass Allah ihn liebt, ja, alaihi salatu wassalam und es wird erzählt, dass er Angst gehabt hat vor Umar, dass er Angst gehabt hat vor Abu Bakr und so weiter und dass er deswegen verschwiegen hat, dass er doch eigentlich derjenige ist, der der Khalif werden sollte und dass deswegen die Ummah, weil er nicht der Khalif, der Führer nach dem Propheten alaihi salatu wassalam geworden ist dass dadurch die Ummah in die Irre geht, das heißt, Ali hätte ja dann angeblich durch seine Angst zugelassen, dass die Ummah in die Irre geht weil er sich nicht getraut hat, den Mund aufzumachen so, nachdem Amman al-Khattab gestorben ist, und Amman al-Khattab hat dafür gesorgt, dass eine Shura bestimmt aus sechs Leuten bestimmt, wer der nächste Führer der Muslime wird das heißt, der erste Führer war natürlich der Prophet alaihi salatu wassalam danach kam Abu Bakr, dann kam Amman, ja, und dann, als Amman gestorben ist, hat er gesagt die Shura soll aus sechs Leuten bestimmen, wer der Imam wird und zu diesen sechs Leuten gehörte Uthman, Abdurrahman ibn Auf und Ali radiallahu anhu und zunächst haben drei Leute gesagt, ich will nicht der Führer werden, die Verantwortung will ich nicht übernehmen dann hat Abdurrahman ibn Auf auch gesagt, ich will die, also sinngemäß, ja, ich sage, ich sage jetzt also, die haben auf jeden Fall sich losgelöst die wollten also nicht mehr die Führer werden, dann Abdurrahman ibn Auf auch und dann blieb nur Uthman und Ali übrig jetzt fragen wir, warum hat Ali nicht gesagt hey, ich bin, ich soll doch sowieso der Khalif werden das hat doch der Prophet alaihi salatu wassalam damals schon gesagt und wenn ich nicht von Ahl al-Bayt der Khalif werde, dann wird die Umar in die Irre gehen warum hat er das nicht gesagt? vor wem hat er Angst gehabt? hat er diesmal vor Uthman Angst gehabt? es wird ja immer gesagt, er hatte Angst vor Umar und Kattab gehabt Ali hat Angst vor Umar Ali hat Angst, die Wahrheit zu sprechen Subhanallah Martin Luther Martin Luther, ja ein Kaffir der wurde vor den Kaiser damals gestellt und er sollte seine Thesen gegen den Ablass, gegen die römische Kirche Abversagen ja und was haben sie gesagt? sie haben ihm den Scheiterhaufen vorgelegt sie haben gesagt, wir verbrennen dich wenn du deine Thesen nicht aufgibst und er hat seine Thesen nicht aufgegeben und Ali radiallahu anhu ja Subhanallah einer der tapfersten Menschen im Kampf der hat angeblich Angst vor Umar und vor Abu Bakr gehabt und hat dann die Botschaft im Dunkeln gelassen und die Botschaft im Versteckten gebracht und er war eigentlich der Khalif und jetzt ist Umar gestorben jetzt hat er immer noch Angst vor wem hat er Angst? vor Uthman Subhanallah Brüder, werdet wach was erzählt ihr dort? was erzählt ihr doch Ali? Ali hatte Angst und so weiter nein, Ali hat Bay'ah gemacht bei Umar Ali hat Bay'ah gemacht bei Abu Bakr ja und das waren nicht seine Feinde gewesen und genauso wie Ali Fehler machen kann, kann Umar Fehler machen kann Uthman Fehler machen und genauso können sie auch mal aufeinander sauer sein wenn sich zwei gute Freunde innerhalb von 20 Jahren einmal streiten und ein bisschen sauer aufeinander sind ja, dann haben sie halt beide einen Fehler gemacht ja, das kann passieren aber so weit zu gehen schaltet euer Gehirn ein bitte Brüder so weit zu gehen die Leute, die den Islam vom fernen Osten bis zum fernen Westen verbreitet haben die den Koran verbreitet haben die die Kuffar bekämpft haben die die Kreuzritter bekämpft haben so weit zu gehen diese Leute zu Kuffar zu bezeichnen wo Allah Subhanahu Wa Ta'ala im Koran sagt und die die Schöne Er sagt, Allah lobt die Ansar, wie in Suratul Hasar, er sagt, das sind die Sadikun, er sagt, das sind die Muflihun, Allah sagt im Koran, wir müssen dem Muhajirun und dem Ansar folgen. In Surat 9, Vers 100, da sagt er, die Ersten von den Ausgehörigen, von den Muhajirun und von den Ansar, und die, die ihnen in der Güte, in Ihsan folgen, in der guten Handlung folgen, Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden, dann sagt er, dass sie Paradieskarten bekommen mit Bächchen dort drin, sagt Allah das, um uns zu verwirren? Und eure Gelehrten erzählen euch von diesen Menschen, sind nur 5 Leute Muslime geworden oder 10 Leute Muslime geworden? Warum lobt Allah dann die allgemeine Gruppe? Warum sagt er, ihr müsst diesen Leuten folgen? Ihr müsst für diese Leute um Vergebung bitten? Und ihr steht am Grab von denen, die neben den Propheten beerdigt sind, und beschimpft sie, und bespuckt sie, Auzumillah. Deswegen, schaltet euer Gehirn ein. Ihr sollt die Familie von Al-Ubaid lieben. Und das ist gut. Und das ist schön. Aber nicht übertreiben, sie nicht anbeten. Und nicht übertreiben in der anderen Richtung, dass man Leute, die den Islam verteidigt haben, beleidigt. Merkt ihr nicht, dass die Kufar sich über euch kaputt lachen? Die Kufar lachen über uns. Die Kufar sagen, schaut mal hier, schau mal, schau mal. Die Leute, die den Koran, hier, dieser Koran, den diese Muslimen heute in der Hand haben, diese Leute dort im Iran, diese Leute dort im Libanon und andere Leute auf anderen Teilen der Erde, die sagen, die Leute, die den Koran heute hier hingebracht haben, davon sind 95% nach dem, noch mehr, was redet von 95%, davon sind 99% Kufar geworden. Wie können die Muslime so verrückt sein, an diesen Koran zu glauben, wenn doch diejenigen, die diesen Koran bis heute hier hingebracht haben, zu 99,9% Kufar gewesen sind. Zu 99% sind sie alle Kufar geworden. Wie, 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 wie will das gehen? Wer soll da den Islam annehmen? Wenn in einer Schule, der Prophet war der Lehrer dieser Menschen. Stellt euch vor, in einer Schule, in einer Schule, ja, sind 500 Schüler, ja, und von den 500 Schülern fallen alle durch bis auf 5. Würdet ihr glauben, dass das eine gute Schule ist? Das sagen die Kufar bei uns. Die Kufar sagen bei uns, hier, schau mal, der Prophet hat diese Leute erzogen, und nachdem der Prophet gestorben ist, ja, hier, diese Leute aus dem Iran, die haben es uns erzählt, da sind sie alle zu Ungläubigen geworden. Da sind Brüder, kommt zurück, kommt zurück. Ich sage nicht, ihr sollt das Gute, was ihr habt, aufgeben. Behaltet eure Liebe für Al-Ul-Beit. Und vielleicht müssen wir sie sogar noch etwas verstärken, denn wir lieben Al-Ul-Beit. Aber vielleicht müssen wir sie etwas verstärken. Aber übertreibt nicht. Übertreibt nicht. Und nennt keinen Kufir, der ein Mujahid ist. Nennt keinen Kufir, der diese Religion verbreitet hat, und für diese Religion gelebt hat, und für diese Religion gestorben ist. Deswegen mögen wir uns alle rechtlichen und uns zusammenbringen. Subhanakulam, wa bihamdik, asher wa la ilaha iland, astagfiru katubu ulike.